Guten Morgen ihr Lieben, ja ich hoffe ihr habt gut geschlafen, willkommen hier wieder bei Frejas Uragel und Wegweiser. Ich habe mir gedacht, ich mache nächster Zeit jetzt nur so, dass die Karten jetzt schon offen sind, also dass ihr mir da jetzt nicht unbedingt beim Mischen zugucken müsst, ja, also solche Kurzuragel, kurze Tagesuragel, weil ich weiß ihr mögt das und ja, wir starten jetzt hier einmal. Ja, also heute kann es zur Veränderung von außen kommen, ja, aber du sollst heute hier mit der Isar in deine eigene Stille gehen, ja. Einfach mal einen Moment sein, einfach mal in dich schauen, ja, schauen, was dich hier innerlich bewegt, auch wenn diese Veränderungen hier von außen kommen. Dann diese Karten zeigen mir ja an, also du bist hier gefallen und die Mäuse, ja, also hier hat irgendwas bei dir genagt, ja. Vielleicht an den Gefühlen oder auch irgendetwas anderes. Es kann auch sein, dass es hier um eine Einladung ging, ja, vielleicht sollte hier irgendwie eine Einladung, vielleicht von deinem Herzensmensch oder von irgendjemandem stattfinden und das hat halt nicht stattgefunden und das ist die eine Möglichkeit, ja, und das nagt so ein bisschen an deinen Gefühlen, aber du drehst dich jetzt auch weg davon. Du hast auf jeden Fall den Schlüssel auch in der Hand, das hier zu lösen, ja, das ist dieses nagende Gefühl da. Andere Möglichkeit ist, dass irgendwas innerlich an dir nagt und du das Geschenk darin sehen sollst, ja, du hast ja hier den Schlüssel, dass du das lösen kannst und das ist das Geschenk dann für dich, ja, dass du das hier auflösen kannst. Dann geht es heute darum mit der Lupekarte, dass du nochmal was genauer hier betrachtest und du schaust auch hier nochmal in deine Träume, in deine Sehnsüchte rein, ja, vielleicht auch in deine Sehnsucht nach einem Herzensmensch oder auch in deine eigenen Sehnsüchte, die du hast im Leben, ja, in deine eigenen Träume und das kommt in die Stabilität. Hier wird wieder ein Gleichgewicht hergestellt, ja, hier ist ein Neuanfang im Gleichgewicht zu sehen und natürlich auch hier eine Heilung, ja, also das kommt hier in die Heilung und in seine Stabilität. Ja, das ist so für dich heute hier der Tag am Donnerstag, ja, die Donnerstagsenergie. Bedenke bitte, das kann auch gestern gewesen sein oder kann morgen auf dich zukommen, ja. Wichtig ist, du sollst hier im Moment sein, wenn hier Veränderungen kommen, was an dir nagt, du hast den Schlüssel in der Hand, das zu lösen, ja, und du schaust nochmal hier tief in deine Sehnsüchte hinein und dein Gleichgewicht kommt in die stabile Lage wieder, also in die Stabilität und das Gleichgewicht. Entschuldigt, meine Kleine ist hier, die ist immer noch krank, oh, das ist zur Zeit echt schlimm. Ich hoffe, ihr geht es bald wieder besser, ne. Gut, mein Lieben, also, ach ja, und was heute auch noch gefallen ist zum Abschluss, das ist ja die Eidechse und die Eidechse sagt dir heute, erträume dir deine Welt, ja. Und da geht es auch hier wieder um die Träume, ja, das Schiff steht auch so für die Träume und das sagt mir das jetzt so, betrachte nochmal hier genau deine Träume im Leben, wo du überhaupt hin möchtest, was du erreichen möchtest, ja, was du dir in diesem Leben vorgenommen hast. Und da ist die Eidechse dir heute eine große Unterstützung dabei, ja, weil die dich heute hier begleitet. Und hier, meine Lieben, also, ich freue mich über Abos, über Like und liebe Kommentare. Ich bedanke mich auch hiermit an alle neuen Abonnenten, die hier auf meinem Kanal hier dazugekommen sind. Ich begrüße euch hier ganz herzlich. Seid hier willkommen, natürlich auch meine alten Abonnenten, ja, die mich immer begleiten. Und ich bedanke mich auch hier für eure Likes und lieben Kommentare. Und ich wünsche euch damit einen wunderwundervollen Donnerstag. Ciao, ihr Lieben. Ciao, ihr Lieben. Ciao, ihr Lieben.